Dieser Urlaub scheint sie regelrecht zu beflügeln. Sarah Connor reist mit Marisa, einer ihrer vier Schwestern, momentan durch Island. Auf Instagram nimmt sie uns mit und zeigt seltene private Einblicke. Restaurants oder Hotels braucht es auf dieser Reise nicht. Ganz bodenständig und ausgelassen touren die beiden Blondinen im Wohnmobil durch die beeindruckende Landschaft. Mit entspannten und natürlichen Selfies grüßt Sarah ihre Fans. Doch an Entertainment mangelt es trotz Entspannung so gar nicht. Ob lustiges Tänzchen, Kochkünste, Pferdeausritt oder Nacktbaden. Moment, Nacktbaden? Ihr habt richtig gehört. Inmitten der traumhaften Natur lässt die Sängerin alle Hüllen fallen und nimmt mit Marisa ein Bad in den berühmten heißen Quellen. Gerade das Nötigste wird von ihren Händen bedeckt. Wow, was für ein Anblick. In diesem Badeteich würde sich sicher der ein oder andere gern dazugesellen. Sarah kokettiert verführerisch mit Kussschnute und auch Marisa schmeißt sich ganz schön sexy in Pose. So ausgelassen und privat wie auf dieser Reise haben wir die Sängerin lange nicht gesehen. Dieser Urlaub macht schon beim Zuschauen riesen Spaß. Coach Mal الت狩 Ne兩個 Zeitung von Silke Tränen und Vielen Dank.